Mit einem 11 PS Motor-Taxi über die Anden und durch den Amazonas, das klingt schon ziemlich abenteuerlich. Die Lüneburger Olaf Jansen und Sven Freund haben genau das vor. 3.500 Kilometer quer durch Peru. Warum die beiden das machen, das weiß Matthias Dvorak. Eigentlich sehen diese für Peru so typischen Motorrad-Taxias die Motor-Taxis ganz gemütlich aus. Wenn man sich als Tourist mal ein bisschen durch eine Stadt fahren lässt. Die Lüneburger Olaf Jansen und Sven Freund werden auf so einem Sofa-Bike mit Gummipämsen aber 3.500 Kilometer von Süden nach Norden durch das ganze Land zurücklegen, über Stock und Stein. Start und Ziel sind vorgegeben, den Weg sucht sich jedes Team selber. Olaf Jansen geht's aber nicht nur ums Abenteuer. Wir machen das nicht nur aus Spaß an der Freude, in dem Sinne, dass wir Abenteuer suchen, sondern die Kombination macht das hier für uns den Reiz aus. Es geht um einen guten Zweck. Wir sammeln Gelder für ein Projekt in Peru von Plan International Deutschland. Das nennt sich Because I'm a Girl und unterstützt Präventivmaßnahmen gegen Mädchengewalt in Peru. Ein zweites Projekt, was wir noch unterstützen, das nennt sich Cool Earth. Das ist ein vom Veranstalter vorgegebenes Projekt, setzt sich für den Erhalt der Regenwälder ein. Die Veranstalter, die Adventurists, geben den 32 teilnehmenden Teams in Peru erst einmal ein paar Tage Zeit, die anderen Teams kennenzulernen. Und auch das Mototaxi, auf dem das Zweierteam dann ganze 14 Tage verbringen wird. Und mit diesem Gefährt, den Straßenverhältnissen und wie der Verkehr dort funktioniert, das werden wir erst im Vorfeld kennenlernen. Denn die eigentliche Veranstaltung beginnt schon am 9. Oktober. Dort lernen wir die anderen Teammitglieder aus der ganzen Welt dort kennen. Da bekommen wir dann auch das Gefährt gestellt. Das probiert man dann aus, im sogenannten Test-Driving-Days. Und hat dann halt noch drei Tage im Vorfeld Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Immerhin bis zu 70 kmh fährt so ein dreirädiges Hexha-Motorrad, bergab und mit Rückenwind. Mit seinen 11 PS geht's bergauf dann auch schon mal nur mit einem kmh vom Fleck, wenn es über Passstraßen bis auf 5000 Meter Höhe geht. Ja, das wird schon spaßig. Vor allen Dingen, weil wir uns ja dann außerhalb der Städte bewegen mit diesem Gefährt. Dafür ist es nicht gebaut. Wir werden außerhalb der Städte auch sicherlich Passstraßen haben, die dann auch unbefestigt sind. Sobald es ein bisschen schlammig ist, modderig ist oder aber auch auf irgendwelchen Passstraßen, so wird es sein, dass es Spuren geben wird. Dann dieses Dreirad, also das wird da oben ein richtiger Kampf werden, auch mit den Straßenverhältnissen. So richtig spanisch sprechen die beiden angehenden Mototaxi-Chauffeure nicht. Berührungsängste, zum Beispiel mit den Bewohnern peruanischer Andendörfer, hat Olaf Jansen aber nicht. Sicherlich wird das für viele Neuland sein und einige werden uns wahrscheinlich da irgendwie als Spinner auch bezeichnen. Gut, Respekt sollte man auf jeden Fall ja vor den Menschen haben und hoffentlich auch genießen wir den entsprechenden Respekt, dass wir da hinfahren. Und wir versuchen, denen das ja auch zu erklären, dann da in den Bergregionen, dass das eine Charity-Veranstaltung ist. Und nach ihrer Rückkehr Ende Oktober werden die beiden Abenteurer und Spendensommler sicher noch viel mehr zu erzählen haben. Matthias Duorschak war das über die Lüneburger Abenteurer. Olaf Jansen und Sven Freund, die fahren ab dem 13. Oktober mit dem Mototaxi quer durch Peru, über die Anden und durch den Amazonas. Nächste Woche Mittwoch am 2. Oktober stellen die beiden ihre Abenteuerreise ausführlich vor. Und zwar hier bei uns bei Radio Zusa um 19 Uhr in der Sendung Rastenschleifer. Das machen die beiden für das Projekt Because I'm a Girl, wenn sie das unterstützen möchten. Noch mehr Infos gibt es dazu auch im Netz auf www.rastenschleifer.net.